Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battlefield 3 Spiel Gameplay. Wie ihr seht ist hier auch schon wieder der Striker dabei. Ja genau, hallo. Ja, auf welcher Map sind wir jetzt eigentlich grad? Wir spielen auf jeden Fall den DLC Aftermath. Ich hab aber nur keine Ahnung welche Map das jetzt ist. Wie heißt die Nummer? Keine Ahnung. Na super. Auf jeden Fall ist es. Wir haben uns mal vorgenommen mal wieder ein klassisches Spiel zu spielen wie Battlefield 3. Seit der Battlefield 4 auf dem Markt gibt, spielt man das ja nicht mehr so oft. Ja. Aber seit neuestem gibt es ja kostenlos. Ja jetzt ist heute glaub ich der letzte Tag. Ja. Und jetzt spielt es natürlich ja wieder jede Sau. Alle Server voll. Ja. Kannst vergessen. Aber jetzt ruckelt es da schon wieder. Erdbeben. Ah. Jetzt hab ich mal. Oh. So wo bist du da hinten? Ich bin eine Einwanderarmee. Ja das find ich auch ganz gut. Ich freu alle nicht. Ich freu alle nicht. Ja ich hätte noch einen Plan was ich euch für ein Spiel zeigen kann. Das wäre zum einen Wolfenstein das ja auch vor kurzem raus gekommen ist. Das werde ich halt euch dann kurz zeigen. Dass ihr euch selber die Meinung machen könnt. Ja. Ich hab schon durchgespielt. Glaub. Was ist die Package? Glaub. Zweit. Ich weiß nicht wie in wieviel Stunden ich jetzt insgesamt schon gespielt hab. Ja. Aber ich find's vielleicht gar nicht. Hast du dir durchgespielt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Hehehe. Ja. Achja die Map kenne ich irgendwoher. Die haben ja schon mal gespielt gell. Ja das ist. Ja. Oh man. Gleich nachladen und dann. Ah. Ah. Schau 3 0 wie gut ich bin. Äh jetzt steht's 3 1. Äh gratulation. Ja für dich steht's 1 3 also sag mal nix. Ja wenn die alle so mit welchen Waffenloch ich eigentlich überhaupt rummach mit der Farmer. Halt jetzt. Halt jetzt. Warum ich mit der rumlaufe? Ja. Warum stehst du hinter mir wie sie und behinderte? Oh ein Abflug. Ein Mannarmee hab ich doch gesagt. Ah nee. Nee. Da war Halt Kraken. Okay ja. Ich soll dich nur erschießen. Ja. Ja was Kraken schon wird. Ja. Die kam grad. Der kam grad richtig. Wow. Okay. Jetzt bin ich auch grad drauf gegangen. Ja wenn der da um die Ecke stirbt wie so ein. Ich habe Angst. Äh das war jetzt ein schlechter Wurf. Oh oh. Ah. Erfehle dich. Irgendwann mal ne Kanate dahin. Ah fuck jetzt habe ich die Saiga dabei. So ein Rotz. Oh. Hund lebt der. Und welches Spiel ich euch empfehlen könnte oder würde ich sogar sehr empfehlen würde wären wir Watchdog. Ist auch seit diesem Monat auf dem Markt. Und der Herr Felix oder Huggy wird uns auch noch kaufen. Ja. Dann machen wir mal zusammen Online Gameplay. Weißt du wie das Online funktioniert und alles. Oua. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Weiß nicht wann holst du dir das? Keine Ahnung wenn ich Geld habe. Das erste was mir jetzt hol ist ist mein neues Subwoofer. Ja. Also es kann noch dauern bis ich Watchdogs habe. Ja. Kriegst du nichts. Also. Das geht ja gar nicht. Was kommt denn da? Kann nicht mal. Was macht der denn da? Dankeschön ich habe zwar selber was. Ja mei die sind halt Punkt egal. Ja ich merke. Da müssen wir nach jeder Minute oder die Kölner in den Fall hin. Ah. Oh je. Jo jetzt kommt der Babo mit der Granate. Ja ich habe es gar gesehen. Und ich habe keinen erwischt natürlich. Wieder noch. Du bist so boh nix. Da hinten steht er an der Ecke. Ja gar nur Glück auf 12 Prozent. Gehen wir doch einfach mal. Warte mal hier gibt es doch irgendwo einen Eingang. Der ist da unten. Der ist da runterlaufen. Ja. Ich hoffe ich bloß nicht dass irgendjemand von der Seite kommt und mich tötet. Ihr habt es gewusst. Ja. Wahrscheinlich oder? Oh shit Granate weg da. Das bist ja gar nicht du. Ne ich bin jetzt hinter dir. Ja. Toll. Kannst dich mal reanimieren. Reanimieren. Ja. Ich bin nur Pionier. Ich kann nur Panzer reanimieren. Toll. Kannst doch hier nicht reanimieren. Wir müssen schon Panzer reanimieren. Das will ich mal sehen. Ich kann alles. Hast ja schon ein paar mal gesagt. Wir müssen das da können. Sieben sieben halt. Es geht gar nicht. Oh da sind ein paar Gegner. Ja. Weil mit dem Rhino. Da hinten steht ein Rhino. Wo bin ich denn da rüberfahren. Und hier den scheiß Metallhaufen hier. Alter. Mein Gott ist das ne schöne Landschaft. Unterstützt mit dem Lad. Ich komme mit dem Rhino mal hochgefällt. Ja ich bin in dir. Achso. Wie? Wie denn? Geh bloß raus. Also man sieht dich. Also warte. Die müssen wir in der Wahl arbeiten nehmen heute Gegner schon. Das sind die. 4%. Okay. Ich bin so ein Überleg. Yo shit. Boah. Ja gewonnen. Ja. So was. So ist was komisches gell. Ja. Ja das wäre schon mal die erste Runde gewesen. Ja wir spielen gleich mal eine zweite noch. Ja. Natürlich. Also wieso nicht viel Tickets. Na was sagen. Die Aufträge. Boah. Ah. Ja. Ihr habt gerade mal 3 Aufträge erledigt. Mö nicht. Das ist eine. Warte mal wo ist. Ah da die Orca 3. Was ich da denn mache. 3 Kiss mit Sturmgewehren und 10 Skos. Ach. Die hat's ja gleich. Die hab ich schon lang. Muss ich bloß immer ständig reanimieren. Mehr nicht. Ich muss jetzt nur nur 12 Kills mit Handgranaten und 20 Kills mit Granaten werfen. Dann hab ich die Skal. Mal schauen was jetzt für eine Karte die kommt. Ach die ist geil. Boah. Der Talermark. Und das ist auch noch Erobung. Stürmangriff. Irgendein Team hat wieder alle. Äh. Alle Flaggen und wir müssen zur Erobung glaube ich. Oder wie war das noch. Oder an der Schrank. Oder an der Schrank. Ja wir müssen an der Erobung. Toll. Und es gibt keine Basis. Ach. Nehmen wir mal jetzt mal das hier. Einfach drauf losstürmen. Ich gehe zu Punkt D. Mach das. Hm. Na super. Was nehmen wir mal da. Nehmen wir mal die AUG A3. Mal schauen. Und. Es lag ein bisschen. Hm. Ich hab glaube leichte FTS lags. Ach so. Was bei mir Standard ist. Jedes Mal nichts los. Ja pass auf da kommt das kleine von unten. Ja. Knall den Typ mal ab. Ist der jetzt? Ich glaube. Da ist er. Äh wo. Ist er tot. Ich hab die Map nur. Auf dem Moses Plunderer gespielt. Only. Wow wir werden alle sterben. Kann gut sein. Oh mein Gott. Oh. Ich bin gar nicht so schlecht. Ah. Den muss ich reanimieren. Hey ne. Du den grad reanimieren. Bist du. 3 E. Oh. Geh mal drauf. Dann kann ich reanimieren. Oh. Oh. Ja. Passt perfekt. Danke. Oh. Das ist ein Gegner. Jetzt macht das sehr schwach mal. Was sollen sie? Und Schwuchtel. Ey. Solche Ausdrücke sagt man nicht. Vorstell. Hinter dir. Jetzt besperre ich auch nicht so. Oh. Danke fürs Reanimieren. Ja. Ich bin ja auch tot. Ja. Vorsicht. Ha. Ich hab mehr Punkte wie du. Das ist Standard. Ja. Du bist auch so nixig. Warte. Leicht ne Leichen. Leiche, die Leiche. Ein lebender. Ouh. Der Camp der Hit mit der Eltert. Tiss. Dann müssen wir gleich mal. Herz Nummer. machen weil ich von dir einfach nicht schön jetzt merkst du das nie wieder zu mir spawnen einfach nur katastrofen sonst felix ist ein toter mann haltet die auge a3 ist euch gar nicht so schlecht ne die ist voll gut jetzt nicht nur mal den punkt e erobern wird mal zeit da unten liegt einer bei dem roten auto ist einer bei dem haben wir nicht auf dem haben wie er hat ihn repariert deswegen geht es nicht so gleich los ja da kommt einer von links oder rechts wir haben den links rechts gewährleistet ja wir machen das schon da hinten läuft einer gleich hier ja genau wo ich ihn eigentlich abklären wollte das kann man sich nicht aussuchen ja alles schreit fast ja normaler ja gar nur greift wow granate der scheitz realivator ist auf der nummer 4 ich krieg immer 3 und dann kommt das schatten hart ja du arme ungewohnt battlefield 4 habe ich nämlich immer den realivator auf nummer 3 glaube ich darum drücke ich das immer ja gut ich habe gerade noch einen reanimiert 7 2 ist eigentlich ganz ok und du hast 1 4 was geht bei dir schief ist battlefield 3 und ich bin im battlefield 4 tausend mal besser als in dem spiel weil die physik ist ganz anders weil die physik ist ganz anders ich bin ungewohnt jetzt ich bin ungewohnt jetzt hey aua scheiße 7 4 7 4 ach komm mal schon schon wieder am campen hier Dachcampe die m416 ist ja auch ein stimmgewehr gell ja wie mein die kann man zum teil zur snipebomb funktionieren hast du das gemacht ja tust mal 6 visieren auf weg gießen enthalten das ist halt das beste ja 2 bein mal 16 äh mal 6 visieren dann gottes rund wie wärs eigentlich mal mit D verteidigen ja ich bin grad auf dem weg drückische Unterstützung ich halte das die hier alle campen ich halte das die hier alle campen ja das ist normal die kriegen eh auf jeden fall nicht das einsatz ziel wurde er und diese wurde geht an uns zur Hölle mit den ja schieße einen ab kriege ich ein äh ne rpg ins gesicht das ist voll nett so ackhock äh ackhock ist zum kurzen ja der däscher ist gerade nein mich hat als erstes verschossen die sporen die ganze Zeit da hinten hinweg komisch gell aber wie hinter wow der typ checkt nicht dass der da hinten ist alter woher kommen die ganzen gegner ja ich sag doch die sporen überall will mich mal jemand reanimieren wirst du wirst du gar nicht ja oh mein gott bist du mich gefunden harsche schweinachten ja hier sieht man ja nichts da liegt rein das ist wirklich gut wow fahren wir mal jetzt schädig ich weiß dass wir so gleich tot sind oh doch ne ein wunder das ist weiter die kommen alle von links der hinten im Haus so ein krüppel kommt mit der IK ich komme Alter sie kämpfen ja only ah der lag genau auf deiner Leiche der Typ ich weiß nicht was der vorgekauft hat ja ich bin nämlich auf dem Sprung und Draufgang ich will nicht wissen was der mit meiner Leiche gemacht hat verwehrte Spiele die haben wir auch gleich erobert ne wir gewinnen ja schon wieder das finde ich voll korrekt du bist dran ich bin hinterhinten die sind hinterhinten jetzt ist das halt das Ziel wurde eroren wiz bitte ranimier reanimieren wo bist du am ja mich hat ja einer reanimiert ok ok ich will dir aniamieren Oh, oh, jetzt hab ich die F2000 irgendwie. Endlich mal ne gescheite Waffe. Hast du die jetzt? Ja, grad bekommen. Oh, jetzt. Die werden jetzt nicht gleich in Einsatz nehmen, oder eine Einsatz? Ach, das ging ja eher nicht mehr, das geht schlecht. Bitteschön. What the fuck, da steht ein Flak. Oh, unmöglich. Halt dich so zum Kotzen, die schreien überall. Du bist nicht sicher vor denen. Naja. Was heißt hier, naja? Da. Da ist einer mit dem Dino, gell? Ja, sowas. Hab ich jetzt noch dabei, um dich zu eliminieren? Ja, sowas. FPS lag. Wow! Okay. Der kriegt mich nicht aus dem Stein-Ding da raus. Und abwacht. Oh, oh. Jetzt kann sie von hinten. Alle abgewehrt. Jetzt nehmen wir gerne die 3000. Wo haben wir denn? Ja. Passt. Jetzt machen sie alle Platz. Ja, die Gegner haben nur eine 8 Ticket. Sieben. Ja. 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 Jawohl. Hibi. so meine freunde das war es auch schon mal wieder ich hoffe euch hat es gefallen lasst einen daumen nach oben nach oben da ja und was willst du jetzt dann noch sagen kommentiert was wir besser machen können ja oder was nicht passt verbesserungen ihr würdet ja wissen ja das war eigentlich alles von meiner seite also auf wiedersehen